Hallo Leute, ähm, ja, wir haben für euch eine Parodie von den Hunger Games gemacht. Justin ist leider nicht mit dabei, denn der ist aus krankheitlichen Gründen, ja, das geht halt nicht, weil er krank ist. Ähm, und, ja, da haben wir so ein bisschen was für euch gemacht und, ähm, es werden insgesamt fünf Folgen werden. Ähm, immer so ein kleines bisschen, vielleicht zwei Minuten oder so. Jetzt haben wir erst so einen kleinen Anfang für euch gemacht, ja, jetzt geht's los. Okay, mehr, 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 mehr. Mm, cooler. Na, na, na. putainünf, putain Pas auf, putain Pas auf, putain Pas auf, putain Pas совет. Ja,め же. Ja, genau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.